was geht meine freunde willkommen zu einem von kill the plumber weiter geht's mit bald nein was ist das für ein vieh what the fuck reicht es wenn ich die einfach nur wenn ich den einfach nur berühr wow die sind ja feuer immun ist ja so cool wir sind feuer immun so nice weg mit dir ey okay warte mal hüpfen über mich drüber shit genau genau so wollte es machen er soll auf mich drüber hüpfen und dann kommt der zweite und tötet ihn was ich checks net was soll ich hier machen ich check dieses level nicht nr 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 level das ist doch müll jetzt mal ohne spaß ist einfach nur müll da hat sich der entwicklung überhaupt keine gedanken gemacht das ist einfach nur müll einfach nur richtiger müll so ein scheiß habe ich noch nie gesehen es funktioniert nicht es wird auch nicht funktionieren weil es einfach nur bullshit gemacht ist dieses level net was soll ich hier machen was und weg soll ich hier machen ich check es nicht ich check es nicht keine ahnung meine fritz war geht doch mal meine güte das hatte ich doch jetzt gerade oder so einfach mal nach links gehen wie dumm ist denn das spiel da muss hier hoch wie zum fix sollte das funktionieren funktioniert doch gar nicht es funktioniert nicht es funktioniert einfach nicht jetzt irgendwie ich habe keine ahnung wie dieses level funktionieren soll keine ahnung ich habe keine ahnung keine ahnung Wer ist so? Na, da mach. Die kleinen, aber... Die können funktionieren. Oh, ist das nervig, ey. Soll man das checken? Muss man das checken? Ich check, ich schau gleich nach. Ich hab echt keinen Bock auf dieses Scheiß-Level. Das ist streckig schlecht. Ich hab keinen Bock auf dieses Level. Das nervt nur. Das ist scheiße gemacht. Mag ich überhaupt nicht. Yeah! Jetzt hab ich's. Na, wie soll ich denn besiegen, Mann? Wie soll ich denn alleine besiegen? Das funktioniert doch nicht. Na, ich hat's doch. Meine Güte, ich hab so null Bock auf dieses Level, ey. Komm einfach, komm Ich hab keinen Bock auf diesen Scheiß, Mann Das ist ein Bullshit-Level Bullshit Bullshit Checkt man nie Das checkt man nicht Man hat keine Ahnung, was man da tut Man hat keine Ahnung Das checkt man nicht, das level checkt man einfach nicht Das ist da, um nicht zu checken Dass man es nicht checkt einfach, ganz einfach Das funktioniert nicht Ich hab keine Ahnung, was ich da machen soll Ich weiß noch nicht, wie ich den töten soll Keine Ahnung, wie ich den töten soll Das funktioniert doch gar nicht Das passt von vorne und hinten nicht zusammen Seht ihr, es funktioniert nicht Das ist das Problem Komm einfach, meine Fresse und Hals, Maul Habe ich es jetzt, bitte lass mich doch drei Sterne haben Halt deine Scheiß-Fresse Ich weiß auch auf jeden Fall, wie es funkt Anders funkt es nicht Komm einfach, komm einfach und halt deine Fresse, bitte Ich hab keine Ahnung, wie das anders funken soll Das funktioniert doch gar nicht anders Halt auf dein Maul Das ist, das ist ein Bullshit-Level Hä? Wieso hat's nicht gefunkt? Mesa, wieso ist der jetzt nicht da hoch? Das ist so dumm gemachtes Level Ich hasse dieses Level Ich hab keinen Bock auf das Mann, was hab ich jetzt schon wieder falsch gemacht Passt nie und immer zusammen Och, fick deine fette Mutter Du Huren-Schlampensohn, Alter Meine ist halt deine Fresse und jetzt geh Meine Fresse, ist das nervig Das ist das nervigste Level, was es gibt Nerviger geht's nicht Meine Fresse, Alter Hier, komm Bastard, Alter Hier, Missgeburt Ich weiß schon, was ich hier tun muss Oh mein Gott Okay Das ist auch gar nicht so schwer Oh nee Oh nee, ey Stress doch nicht rum Stress doch nicht so rum So ganz einfach Ähm Na, ich hab schon ne Idee Was? Aber warte mal Was? Okay, so Das ist so ne scheiß Kettenreaktion Weil wenn ich S drücke Dann geht der Twompy auch gleich nach unten Deswegen musste ich da vorerst Links drücken Ähm Okay, ich weiß schon, wie wir mal das machen Warte mal Ich hab ne bessere Idee Ahahahahaha Genau So, ähm Aha Aha Ja, was hab ich hier machen Äh, was? Kann der irgendwas Besonderes Ich check's net Ich check's net Hä, wie soll denn das funken? Was soll ich hier machen? Ich check's net Ähm, soll der auf diese Bomben da springen oder sowas? Ich hab Ich check's net Unbedingt Keine Ahnung Jetzt hab ich glaub Ich hab jetzt glaub ich ne Idee Ne Funkt nie und nimmer Äh, was? Was soll ich hier machen? Meine Güte Ich hab null Ahnung Warte mal Äh, was? Ich glaub, ich weiß schon, wie ich's mach Ich muss die Bombe da am linken Rand lassen Und dann, ähm Ne, funkt net Äh, was? Was soll ich dann machen? Hä? Ich check's nicht Sorry Keine Ahnung Ich kann die Dinger auch nicht kaputt machen Ich check's net Was soll ich hier machen? Ich check this level nicht Keine Ahnung Hä? Wie soll denn der an diese grünen Münzen rankommen? Das ist doch unmöglich Meine Fritze Das funktioniert nie und nimmer Äh, ich check dieses Level nicht Hallo Das funktioniert nicht Warte mal, er muss springen und dann Vielleicht Ich hab keine Ahnung Aber es ist die einzige Möglichkeit Wenn er springt, dann die Bombe zünden zu lassen Ich hab keine Ahnung, wie es sonst gehen soll Ich check's nicht Sorry Keine Ahnung Null Ahnung Null Ahnung Kein Plan Es funktioniert ja gar nichts Es passiert nichts, wenn die Bombe da geschmissen wird Es passiert rein gar nichts Oh, warte mal Oh, warte mal Hm, vielleicht muss ich auch mehrere Bomben darüber schaffen Aber das funktioniert auch nicht Aha Okay, ich hab einen Plan Jetzt weiß ich, wie es funktioniert Okay Gar nicht mal so schwer So Ach man, jetzt Bombe Jetzt fall auch auf meinen Schoß Du Motherfucker So Okay So, ihr seht hier Ich bin hier am Rand Hä, was macht denn der Bastard Ihr seht, ich war am Rand, ne Und da musste ich mich da runterschmeißen Oh Mann, was macht denn ihr Fotzen da Scheiß Bomben Könnte gar nichts, Alter Hier luschen Solche luschen Bomben, ey Das regt so auf Genauso Jetzt nochmal Meine Güte, ey Ach, wir haben es geschafft Drei Sterne So, und jetzt Ey, was Ah Hä Hä, wie soll denn das funken Da muss ich ein bisschen weiter nach rechts bewegen Hä Ich kann doch gar nicht da weiter links Gehen Wie soll ich die Bombe dann sonst dahin tun Muss man das Spiel checken Jetzt mal ohne Spaß Muss man das checken Ich check's nicht Wie soll ich die Bombe da denn abfeuern Hä Wie soll denn das funken Es funktioniert nicht Ich kann da gar nicht rüber Oder? Ne, komm ich nicht Ich komm nicht rüber Egal was ich mach Das ist Timing Das ist Timing Das war ein getimten Sprung Wollen die bestimmt selber auch nicht da drin haben Jetzt muss ich hier auf beide Sachen aufpassen Oder was Es funkt auch nie und nimmer ist das so gemacht Die wollen auch nie und nimmer Dass wir auf beide Sachen aufpassen So, dann müssen wir aufpassen So, wir müssen das funken So, wir müssen das funken Ganz am Rand Mann, jetzt fickt er eine fette Mutter Ich muss mich aufpassen Aber das ist dann Ja, ich werde 5-2 ein gädchen Ja, ich kann ja Ich kann ja Ja, ich kann ja Ja, ich kann ja Das bin so Ja, ich kann ja Aber das ist ja Habe ich sie jetzt? Bitte, bitte, bitte. Leck mich. Geht doch. Okay, ich weiß schon, wie das funkt. Okay, ich weiß schon, wie das funktioniert. Ah, fuck. Oh, geht doch. Gut. Weiter geht's. Was ist hier? Uh. Ähm. Mann, Alter. Mann, ist das langweilig Meine Fresse, ist das nervig Das Level schon wieder Bäums Zack Da muss ich immer von oben die Bombe da lenken Das ist so nervig, Alter Meine Fresse Ist das nervig Meine Fresse Ist das nervig Mann, es nervt Und es ist so rum Wie soll das funken? Das ist so nervig 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 Keine Ahnung, wie es jetzt funken soll, man, ist doch scheiße, ich hasse dieses Level. Ich ficke dich irgendwann, ich ficke dich Mario, ich ficke deine verfickte Hurenfamilie, diese schlampe Bitch, ficke ich auch von deiner fetten Mutter, Alter, du Hurensohn. Scheiß Missgeburt, ich vergrab deine Familie, ich hasse dieses Level, es ist so scheiße, es ist so nervig, ey, das gibt's gar nicht, es gibt's nicht, es ist so nervig, dieses Level, welches Level ist denn noch nerviger als diese Scheiße hier, hallo, ich kenn da keines, Oh mein Gott. Nein! Warum? Ich habe eigentlich die beste Idee für deinen Platz für deine Mom, du Fotzensohnknecht. Das ist Missgeburt. Man, ich habe mich da oben gedrückt. Ich habe oben gedrückt. Kannst du mich am Arsch lecken? Spiel, du schummelst. Nicht mein Problem. Schummel, Spiel. Schummel, Spiel. Schummel. Genau so einen Platz. Nein! Ich habe das doch gar nicht mal gedrückt! Oh, ist das wirklich? Oh, ist das nervig! Ah, ist das nervig! Das war's für heute. Es ist unglaublich, wie nervy dieses Level ist. Ich habe null Bock auf dieses Level. Das ist einfach nur scheiße. Das Level ist einfach nur beschissen. Das Level ist der größte Rotzenmüll. Sorry, aber kein Bock auf dieses Level. So null Bock auf dieses Level. Kann ich das endlich mal abschließen, bitte? Das wäre doch für mich das Beste, was man tun kann. Nein, ich hatte es doch! Das war dumm. Das größte Hasslevel aller Zeit. Mein größtes Hasslevel ist dieses Scheißlevel hier. Ich weiß nicht, welche Nummer das hat. Merken. Merk mir dieses Scheißlevel auf jeden Fall. Es ist scheiße! Es ist beschissen! Es ist scheiße, wie es umgeht nimmer! Merke ich mir auf jeden Fall dieses Scheißtreckslevel. Es ist scheiße gemacht! Es ist total nervig! Es ist total nervig! Nein! Es ist total nervig! Nein! 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 Was mache ich da? Ich hasse dieses Level! Ich hasse dieses Level! Das ist so beschissen! Wenn Scheiß einen Namen hätte, dann wäre es dieses Level So, komm, noch einmal Fick dich, du fetter, hässlicher Klempner, Hurensohn Oh, ich ficke dich, du Missgeburt Scheiß Hurensohn So ein Bastard